Einen wunderschönen guten Tag, willkommen auf dem Trader Live Kanal, vielen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In diesem Video erfährst du, warum du in den Märkten aktuell wirklich sehr sehr aufpassen musst, weil es könnte theoretisch ein Crash bevorstehen. Wie gesagt, ich bin kein Crash Prophet, aber in diesem Video würde ich das ganze Szenario erstmal wirklich zeigen und wir analysieren hier einfach mal vier Märkte in diesem Fall. Ich habe auch einen Markt schon offen und das ist der DAX oder auch der German 40 mittlerweile, weil dieser ja aus 40 Unternehmen aktuell besteht. Ich habe hier die Trendlinien eingezeichnet, wir befinden uns im Wochenchart und wir können eben hier erkennen, vor allem auch im Wochenchart, dass wir seit dem Corona-Crash, der hier unten stattgefunden hat, eigentlich nur long gegangen sind. Ja, also wir befinden uns hier in einem richtigen Bullenmarkt und es haben ganz viele Leute hier damals angesagt, ja der Markt wird weiter crashen, wird weiter crashen, aber so kam es nicht. Stattdessen sind wir vom unteren Tiefpunkt hier bis hier oben wirklich 100% gegangen, was eine enorm große Performance ist in einer sehr kurzen Zeit. Was möchte ich damit sagen? Also jetzt liegt es, denke ich, ein bisschen nahe, dass wir jetzt auch mal wieder eine deutlich größere Korrektur bekommen. Das ist natürlich auch fundamental geschuldet, aber natürlich auch technisch. Warum auch technisch? Wir können hier im DAX sehen, ich habe die Trendlinien wie gesagt schon eingezeichnet, Ich mache mal das Ganze hier ein bisschen kleiner und wir gehen mal in den Daily Chart. Da können wir hier nochmal sehen, ja, dass wir in den letzten Tagen sehr stark gefallen sind. Ja, also wir sind sehr stark gefallen und wir haben kein weiteres Top gebildet, also ein höheres Top meine ich. Und zwar, besser wäre es, wenn wir hier zum Beispiel höher gegangen sind, ja, dann ist es eher mehr ein bullisches Zeichen. Jetzt haben wir hier an diesen Stellen ein Doppeltop gebildet und deswegen habe ich hier eine Widerstandszone auch nochmal gezeichnet. Weil wir nicht über diesen Punkt aufgestiegen sind, ja, denke ich, dass wir ein bärisches Szenario jetzt an den Tag legen. Und ich denke auch, dass wir diese unteren Tiefzonen hier antesten werden in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen. Aber ich denke, sogar in den nächsten Tagen, weil bei einem Crash geht das immer deutlich schneller, ja. Und ich denke, diese 14.800 zum Beispiel, also 14.890 hier ungefähr, werden wir, denke ich, antesten. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung und keine Anlageberatung und so weiter. Aber ich gehe einfach nach meiner Erfahrung und wir testen gerne diese unteren Zonen. Und dann müssen wir natürlich auch schauen, vor allem langfristig, ob der Markt dann hier wieder deutlich abprallt und nach oben rauscht. Weil dann ist es für mich kein Crash-Szenario, sondern einfach nur eine kleinere Korrektur in einer schönen Seitwärtsphase gewesen. Ja, und dann geht der Bullenmarkt weiter. Aber wenn wir deutlich unter diesem Punkt nach unten rauschen, dann ist dieses Szenario auf jeden Fall bärisch für mich. Und dann könnten wir wirklich mit einer ca. 20% Korrektur rechnen, wenn wir das Ganze hier im Wochenchart zum Beispiel anschauen. Also da ist auf jeden Fall deutlich Platz nach unten. Wenn wir wirklich mit einer 20% Korrektur theoretisch rechnen, oder hier an diesem Widerstandspunkt, das wäre von hier auch ca. nochmal 10%, was natürlich auch sehr, sehr viel ist. Und deswegen sollte man wirklich aufpassen aktuell, wann investiert man und wann investieren wir natürlich nicht. Ja, ich schiebe jetzt nochmal ganz kurz die Kamera nach rechts. So, also das erstmal zum Thema DAX. Ja, also der DAX schaut derzeit nicht ganz so gut aus. Wie gesagt, wir sind auch eine sehr, sehr große Bewegung auf jeden Fall hingelegt. Das will ich einfach damit sagen. Jetzt gehen wir mal zum Dow Jones US 30. Und hier sieht das Ganze fast schon identisch aus. Ja, wir können hier sehen, wir sind wieder nur gestiegen. Und jetzt merken wir, der Markt tut sich schon langsam schwer, weiter zu steigen. Also hier, diese Range ging ziemlich schnell. Und jetzt merken wir immer, wir haben eine Korrektur drin, wir haben eine Korrektur drin. Und jetzt wieder, ja. Aber wir sehen hier, das ist eine richtige Momentum-Kerze nach unten. Und das kann auch wirklich ein Short-Trigger sein. Und da müssen wir enorm aufpassen. Wir müssen jetzt schauen, jetzt sind wir hier im Daily. Was passiert jetzt an diesen Zonen, ja. Also da, wo die Trendlinie tatsächlich hier eingezeichnet ist. Was passiert hier? Ja, und jetzt habe ich persönlich hier fast schon das ganze Bild hier weggetan. So, genau. Ich gehe jetzt hier mit meiner Kamera nochmal nach links, ja. Und wir können, wie gesagt, hier erkennen, wir testen jetzt diese relevanten Zonen. Und wenn wir hier abprallen und nochmal nach oben rauschen, geht der Trend vermutlich weiter nach oben. Aber wenn diese Zone jetzt aktuell nicht hält, dann könnten wir, wie gesagt, mit diesen 20-prozentigen Korrekturen rechnen. Und das ist nicht ganz unwahrscheinlich. Wie gesagt, Dow Jones ist auch ganze Zeit gestiegen, auch über 100% gegangen seit dem Corona-Crash. Und deswegen ist es auch sehr naheliegend, dass wir auch mal wieder eine größere Korrektur fahren. Theoretisch, ja, von einem Crash rede ich immer sehr ungern, ja. Aber das hier wäre eigentlich auch schon ein Crash, ja. 30% Korrektur ist für mich schon ein Crash, ja. Genau. Aber es ist eigentlich auch noch eine gesunde Korrektur, weil wir einfach in letzter Zeit fast nur noch oben gerauscht sind. Aber ich denke, dass wir so langsam dem Ende nahe kommen und deswegen enorm aufpassen, wann wir jetzt investieren, ja. Genau. Jetzt gehen wir mal zum Nasdaq, ja, der nächste Markt. Und der schaut sogar noch bitterer aus. Wir können hier sehen, der Nasdaq ist enorm schön gelaufen. Also der Nasdaq hatte einfach die beste Performance, soweit ich weiß. Von hier hin bis hier oben über 150%, was enorm viel ist, ja. Und wir können jetzt hier sehen, dass wir auch diese lange Trendlinie durchbrochen haben und wir eine richtige Momentum-Kette nach unten sehen. Also das ist wieder, das wieder aufzukaufen, ist für mich, denke ich, eher unwahrscheinlich. Und ich denke, dass wir hier eventuell vielleicht nochmal so einen kleinen Retest machen, ja. Hier ungefähr bei 15.467, 15.500 und so weiter. Und dass wir eventuell dann nochmal weiter nach unten rauschen, weil der Nasdaq einfach 150% gegangen ist in zwei Jahren, was enorm viel ist, ja. Also da muss man enorm aufpassen und einfach nochmal hier zum Gesamtbild. So, und jetzt gehen wir zum S&P 500, ja. Und ich bin immer der Meinung, S&P 500 ist immer für uns der Changer, ja. Also ich finde auch immer, dass dieser Markt die anderen Märkte sehr gerne bestimmt, ja. Weil viele orientieren sich irgendwie auch immer am S&P 500. Wenn der Markt fällt, dann fallen irgendwie auch die anderen Märkte. Das ist immer ganz, ganz komisch, ja. Ist natürlich meine Ansicht, ja. Und meine Erfahrung, sage ich jetzt mal, muss nicht immer so sein. Aber ja. Genau, also hier können wir ein ähnliches Bild erkennen. Und wir können auch hier wirklich nochmal sehen, ne. Wenn ich das Ganze hier auch nochmal einzeichne mit einer Trendlinie. Dass wir hier einen deutlichen Bullenmarkt eben hatten. Und jetzt sind wir hier deutlich runtergerauscht, ja. Und hier können wir auch nochmal sehen. Hier wurde probiert nochmal, dass wir hier den Markt nochmal aufkaufen, ja. Ja, das kann man hier nochmal ganz gut erkennen. Aber ist nicht passiert. Und jetzt testen wir diese unteren Bereiche. Und da müssen wir, wie gesagt, auch nochmal aufpassen, ja. Ich möchte euch einfach nur mal hier so einen kleinen Hinweis geben. Ich persönlich trade eigentlich immer die Märkte nur long, ja. Weil wenn wir seit Februar 2020 fast nur long gehen, dann will ich auch weiterhin eigentlich long traden. Aber jetzt müssen wir, wie gesagt, aufpassen. Jetzt lasse ich so ein bisschen meine Finger davon. Weil wir jetzt nicht wissen, ob der Markt jetzt wieder anzieht oder nicht. Also vor allem hier im S&P 500 enorm aufpassen, ja. Wie gesagt, das war es auch schon mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Video. Das war es auch schon mit dem Video.